Musik So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clips Oh mein Gott, jetzt geht der Wecker an, ich flipp alles Das ganze jetzt nochmal ordentlich So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clips auf dem Wiki auf dem GHK-Snipeing-Kanal Mein Name ist Res und ich würde sagen, wir starten direkt rein, Double Time ist am Start Beim ersten Clip haben wir GHK-Dedix mit einem richtig geilen, saftigen Trickshot auf Firing Range Leider gibt es dazu keine Killcam, hätten wir das Ding auf jeden Fall gerne in der Killcam gegönnt Nächster Clip ist von GHK-Zaggo, haltet euch fest 3, 2, 1, BAM! Triple Colette, richtig geiles Ding in Suchen und Zerstören Und der letzte Clip ist von GHK-Nasty vom Boss höchstpersönlich Und hier seht ihr einen fetten Double Wallbang auf Firing Range Richtig geil gemacht, das Ding jetzt nochmal hier schön saftig knackig in der Killcam Schöner Double Wallbang Jetzt sieht man das Ganze nochmal aus der Sicht des Gegners Damit man das auch glaubt und nicht irgendwelche Leute rumkommen und rumheulen Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da und ein Abo Die Jungs von GHK sind kurz vor 13k Ihr könnt natürlich auch gerne bei mir vorbeischauen, ich bin nämlich auch kurz vor 2k Jetzt gibt es noch ein fettes Edit von Despa Haut rein Leute und viel Spaß Need a front lawn looking something like a car show Yeah And I don't fuck with cop security or the marshal Cause Allah is my lord so Only thing in the way is myself Yeah And today I got paid to make waves off of hate and myself Yeah Say the things I don't say but I feel I'm afraid of myself Yeah That's why I can't lay with a bae I'm in the way of myself Gotta lay claim to myself I'm cool, calm and collected